Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatsminister Holecek, während der Normalbürger von den Gesundheitsämtern streng überwacht, in Quarantäne festgesetzt und mit PCR-Tests und Strafen belegt wird, erweisen sich die Gesundheitsämter gegenüber den staatlichen Institutionen als zahnloser Tiger. Die Stadt Rosenheim missachtete den Rat des dortigen Gesundheitsamtes bezüglich eines stark befestes. Der Innenminister feiert beim Drei-Gänge-Galer-Dinner, oder wie man es jetzt in Rosenheim auch nennt, Dienstbesprechung. Der BR hat uns am 24. Januar berichtet, dass Gemeinderäte und ähnliche Gremien bei Sitzungen keine Maskenpflicht haben. Ich frage Sie, Herr Staatsminister, haben Sie im Ministerrat die Verfehlungen von staatlichen Institutionen gegen die Infektionsschutzverordnung angesprochen, da staatliche Institutionen sich Rechte herausnehmen, welche normalen Bürgern vorenthalten werden. Das Wort hat der Gesundheitsminister Klaus-Holetschek. Herr Kollege Winhardt, ich weiß nicht, welches Starkbierfest Sie meinen. Und ich kann nur sagen, das, was passiert, entspricht immer den Vorschriften, die gegeben sind. Und in dem Rahmen bewegen wir uns auch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war's. Wunderbar. Das war wieder ein bisschen Reinkolz. Die Frage ist, die Antwortzeit gleicht sich aus. Dankeschön, Herr Nachfrage. Eine Rückfrage. Entschuldigung, die waren mir bisher noch nicht angezeigt. Eine Rückfrage. Wer war das, wenn Herr Tolle Gewinn hat? Das habe ich mir noch nicht gesehen. Also, um es klarzustellen, es geht hier beispielsweise um das Starkbierfest, was am 6. März 2020 wieder dem Rat des dortigen Gesundheitsamtes stattgefunden hat. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gedenken Sie, Sie sind ja angetreten in Ihrem Amt, um die Gesundheitsämter, um diese Corona-Krise konsequent, also die Gesundheitsämter zu stärken und die Corona-Krise konsequent zu bekämpfen, ist natürlich die Frage, wie wollen Sie jetzt mal auf den Tisch schauen, wenn wir beim Innenminister sehen, dass es hier Ausnahmen gibt ohne Ende, aber die Normalbevölkerung eben halt sich an Ausgangssperren nach 20 Uhr und sowas halten muss. Wie kriegen wir das hin? Ich darf auch an meine Anfrage von letzter Woche beispielsweise erinnern, dass wir hier gleiche Regeln für alle haben und dass halt diese Gesundheitsämter, die Ihnen ja unterstehen, im Endeffekt nicht der zahllose Tiger sind, sondern mal auf den Tisch schauen können. Also, ich glaube, dass es keinen Anlass gibt, um auf den Tisch zu hauen bei den Ämtern, wo die Menschen, die dort arbeiten, wirklich sehr viel leisten. Das will ich an dieser Stelle erst mal voranstellen. Die Gesundheitsämter und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Moment hoch belastet und aus meiner Kenntnis leisten sie im Moment ausgezeichnete und wertvolle Arbeit über das Maß hinaus. Dem sollten wir uns erst mal, glaube ich, auch hier widmen, diesem Thema. Und das Zweite ist, es muss alles im Rahmen der vorgegebenen Vorschriften, Infektionsschutzverordnungen, dort wo Ausnahmen sind in Bezug auf die kommunalen Gremien oder andere Themen, muss das durchgeführt werden. Und das wird es auch. Und dort, wo es nicht durchgeführt wird, gibt es Sanktionen. Ganz einfach. Und dazu gibt es auch nicht mehr zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, auf was Sie hinaus wollen. Ich werde den Gesundheitsämtern ein hohes Augenmaß widmen. Ich werde sie unterstützen und wir haben sie auch mit Personal unterstützt. In einem hohen Maße. Der RKI-Schlüssel ist bei uns um tausend überschritten, was die Gesundheitsämter angeht. Um das mal deutlich zu sagen, wir haben Gott sei Dank Unterstützungskräfte, auch der Bundeswehr, auch der Polizei, wo ich mich beim Innenminister nochmal ausdrücklich bedanken möchte. Insofern gibt es dem nichts mehr hinzuzufügen. Applaus